Hallo Dere und einen schönen dritten Advent wünschen die Droglauer. Frage von gestern, wir haben natürlich die Songs von PUR neu interpretiert, im Heavy Volksmusik Style, richtig schön war's. Die Frage von heute, die Droglauer waren schon mal in der Allianz Arena, es war ausverkauft, wir am Rasen mit unserem Haberfeldtreiber. Die Frage ist jetzt bloß, wer hat gespielt? Bayern gegen Klub oder 60 gegen Dortmund? Zu gewinnen gibt es ein Wahnsinns-Fan-Happy-Vorm-Haus, mit allem Drum und Dran, sogar mit der Birgit. Ich wünsche viel Glück und bis morgen!